So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Uuuuh, die Schatz, was bist du denn da ins Waschbecken gehüpft? Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahm, es ist der Dicke, wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Und guckt euch das mal an. Dieser Turm an Post kam hier jetzt hier reingeschneit. Das ist aber keine Fanpost, beziehungsweise ein Was ist Fanpost, der Rest ist keine Fanpost. Den Rest habe ich auch so bestellt. Jetzt habe ich gewartet, bis da das alles da ist. Obwohl ich schon wieder neue Sachen bestellt habe. Ich möchte euch natürlich jetzt zeigen, was das alles ist. Ich muss nur aufpassen, dass nicht einfach alles runterfällt. Weil das alles nämlich hier ziemlich... So, so passt das, so liegt das hier gut auf. Wir machen mal zuerst dieses Päckchen auf. Ich habe nämlich ein paar Sachen letztens in meiner Wunschliste gehabt. Und ich habe ja schon mal gesagt, die Wunschliste ist nicht einfach nur dazu da, dass ich Leute nötigen will, dass die mir aus der Wunschliste Sachen bestellen. Die Wunschliste ist für mich auch wie eine Merkliste. Wenn ich gerade was sehe und am überlegen bin, hole ich mir das, hole ich mir das nicht, dass ich es erst mal da rein packe. Wenn es jemand anderes holt, okay. Wenn nicht, hole ich mir das auch selber nach einer Zeit, wenn ich da Bock drauf habe. Ich habe angefangen zum Beispiel mit diesem Film. Guck dir das an. Halloween Kills. Ich bin riesengroßer Michael Myers Fan. Ich war im Kino bei Halloween, bei der Neuauflage, dem Vorgänger davon. Ich war im Kino bei Halloween Kills. Ich fand den irgendwie richtig genial. Ich fand den irgendwie lustig. Ich fand den brutal. Ich fand den einfach gruselig. Alles gleichzeitig. Mir hat der Teil auf jeden Fall richtig gut gefallen. Hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt lange überlegt, holst du dir den? Wartest du? Vielleicht kommt nochmal ein Mediabook oder eine Box oder sonst was. Aber der Henry Nicky hat ja auch gesagt, es gibt den als Extended Cut auch mit alternativen Ende. Habe mir also den Halloween Kills jetzt gegönnt zum Angucken und für die Sammlung. Habt ihr Halloween Kills geschaut? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr Michael Myers Fans? Schreibt es mal rein. Ansonsten packen wir das jetzt dorthin. Adi, was ist? Adi? So. Gehen zum Zweiten. Das sind nämlich wahrscheinlich alles erstmal Filme, die jetzt kommen. Und haben hier drin A Quiet Place 2 Movie Collection. Das auch ein Horrorfilm. A Quiet Place. Habe ich noch nie geguckt. Dann gab es A Quiet Place 2. Soll genauso genial sein wie der erste... Was beißt du denn da rein? Soll genauso genial sein wie der erste Teil. Geht irgendwie um Monster. Und da ist ein stiller Film. Der lebt auch nur durch die Bilder und die Atmosphäre. Ich bin gespannt. Denn ich bin auch riesen Horror-Fan. Es muss nicht immer Slasher sein. Und Splatter. Es ist auch mal Film mit Anspruch. Kann man auch mal mitnehmen. Und das ist das Boxset. Also da ist Teil 1 und 2 drin. A Quiet Place. Und A Quiet Place 2. Da bin ich auch gespannt, ob die was taugen. Oder ob das wieder ein Griff ins Klo war. Habe ich auch lange überlegt, ob ich mir die hole. Ob ich mir die nicht hole. Dann haben wir hier... Das nächste müsste auch ein Film sein. Pig. Da erkennt man auf dem Cover wahrscheinlich gar nichts. Das ist Pig. Pig mit Nicolas Cage. Habt ihr das erkannt? Dass das Nicolas Cage ist. Das ist aber kein Actionfilm. Das ist kein Ich bin Nicolas Cage und ihr nicht. Das ist... Da geht es um ein Schwein. Als sein Trüffelschwein Pig entführt wird, sieht Nicolas Cage rot. Eine unglaubliche Geschichte voller WTF-Momente, die sich jeder Genre-Einschätzung entzieht. Jetzt erinnert das manche vielleicht an John Wick. John Wicks Hund wurde getötet. Und dann hat er alle anderen umgebracht. Aus Rache. Das ist Nicolas Cage. Der kann sich kein Hund leisten. Der nimmt ein Trüffelschwein. Soll aber nicht wie John Wick ein Rache, ein blutiger Rache-Feldzug sein. Sondern soll wie ein Thriller mit tausend Wendungen hin und her ein Film ein bisschen was für ein Kopf sein. Deswegen bin ich da mal gespannt. Nicolas Cage und sein Trüffelschwein. Kennt den vielleicht jemand? Hat den vielleicht schon mal jemand gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hab ich aber auch gefragt, ob jemand Quiet Place kennt? Schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich ja jetzt, was für ein Film hier übrig ist. Da ich auch großer Mads Mikkelsen-Fan bin. Und mir letztens die Koronica, der Rausch, bestellt hat aus meiner Liste. Und ich den wieder unglaublich toll fand, den Film Der Rausch. Was auch ein Film mit Anspruch ist. Gab es aber einen anderen Film noch. Auch mit Metz Mikkelsen. Helden der Wahrscheinlichkeit. Writers of Justice. Ihr kennt vielleicht Adams Äpfel. Ihr kennt vielleicht dänische Delikatessen. Ihr kennt vielleicht Man and Chicken und Flickering Lights. Also immer von diesen dänischen Produzenten und Regisseuren. Ah genau. Vom Regisseur Anders Thomas Jensen von Adams Äpfel. Und da ist die Crew wieder vereint. Da war nämlich schon bei den anderen Filmen immer dabei. Äh. Der und der und der. Und das ist wieder irgendwie so eine schwarze Komödie, glaube ich. Aber irgendwie auch ganz anders. Wenn ich schon das sehe, wie die da hinten in dem Auto sitzen zusammen. Metz Mikkelsen, immer richtig interessanter Schauspieler. Ich habe keine Ahnung, um was es da überhaupt geht. Ein extrem unterhaltsamer Mix aus Action-Thriller und Charakter-Komödie. Da bin ich auch gespannt, wer das, was das ist und was es da geht. Und ob der wirklich gut ist. Aber bisher hat mich noch kein Metz Mikkelsen-Film enttäuscht. Wenn ihr den kennt, schreibt es rein. Kennt ihr Adams Äpfel? Schreibt es rein. Schreibt einfach immer alles rein. Ihr müsst so viel schreiben, dass euch die Finger abfallen. Dann, was ist das? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist nämlich, mein Stuhl ist letztens schon wieder kaputt gegangen. Ich wiege so viel, dass der Stuhl, der nur für 100 Kilo ausgelegt ist, mich nicht tragen kann. Weil ich bin bei 140 Kilo ungefähr. Wenn nicht sogar schon 150. Ich weiß es nicht. Die guten Samyang-Nudeln machen da auf jeden Fall immer ihren Teil. Tragen dazu bei. Und da bin ich so auf meinem Stuhl rumgerutscht durch die Gegend. Und auf einmal tut es einen Riesenschlag. Auf einmal tut es ein... Ach nö, das ist es gar nicht. Gut, dann tun wir das weg. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Ach so, nee. Hä? Hä? Nochmal. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ein Päckchen Koks verstehe ich nicht. Das kam heute. Das andere kam heute. Das ist dort drin. Ich muss mal kurz das andere zuerst auspacken. Hä? Wenn das hier auch heute kam und hier so das drauf ist, da habe ich gedacht, da ist ein Handy drin. Aber dann sind das wohl die Rollen für den Stuhl. Die ja mit so einem Sticker versehen sind, das ergibt ja gar keinen Sinn. Jetzt gucke ich extra hier hinten drauf. Das sind es auch nicht die Rollen. Jetzt muss ich das nochmal weg tun. Wir nehmen mal das. Das kann sein, dass das die Rollen sind. Genau, weil der Karton ist viel größer. Wir müssen nämlich bei der Sache bleiben. Wir müssen erst die Stuhlrollen rausfüllen. Machen das mal auf. Und haben hier eine ganze Stange Rollen. Guckt euch das an. Richtig genial. Ah, die Schatz. Hier, den tue ich dir da hin. Weil mein Stuhl, wie gesagt, die Rolle ist zerbrochen. Die ist komplett zersplattert in alle Teile. Dann habe ich gesehen, kannst du dir hier einfach so fünf Stuhlrollen kaufen als Ersatz. An einem Stuhl sind ja fünf dran. Eine ist kaputt. Mache ich jetzt hier die neue dran. Ich hoffe, das hält auch. Ich glaube, ich habe ein Problem. Weil nämlich das ist noch in dem Stuhl drin. Und unten ist alles weggebrochen. Kriege ich das jetzt hier raus. Sonst kann ich das gar nicht dran machen. Dann muss ich das wieder zurückschicken. Für Rohstuhlrollen Office Share Casters. Also, Ramses. Stuhl kaputt. Alles gut. Dann haben wir jetzt das hier. Das ist von der Schenaya. Das hat ihr die über die Liste bestellt. Deswegen steht hier auch ein Geschenk von Jennifer Brohn. Für deine nächste Wanderung. Viel Spaß. Von Jenna. Von Jennifer Brohn. Das müsste die Kopflampe sein. Aber nämlich hier eine LED Headlamp. Also Kopflampe. Von Jennifer Brohn. Sind die geladen. Ist da schon was drin? Kann man das machen? Ist das eine? Sind das zwei? Bianca sagte, das sind immer zwei. Hier sind auf jeden Fall zwei Ladekabel drin. Und wenn wir das rausnehmen. Sind wohl wirklich zwei Lampen da drin. Denn nämlich bei der Bismarck Wanderung hat sie eine Kopflampe gehabt. Womit man zwischendurch immer mal was gemacht hat. Das war irgendwie richtig cool. Und die kannst du dir jetzt hier auf den Kopf machen. Dann siehst du aus wie Baba Shango. Und dann drückst du hier. Und dann kannst du da so reinleuchten. Und dann sieht dich keiner. Adi Schatz. Guck mal. Alles Gute. Das ist einfach Licht. Das ist noch mehr Licht. Das ist ja cool. Jetzt können wir, wenn es irgendwo dunkel ist, machen wir einfach so. Und dann können wir alles beleuchten mit unserer Kopflampe. Gell? Adi Schatz. Guck dir das an. Wie die Haare und so. Adi. 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 Und wenn ihr da auf dem Kopf Licht braucht, dann könnt ihr das so dran machen. Wenn ihr in den Maulwurfshügel einsteigt, ist das bestimmt total nützlich. Und jetzt haben wir noch ein was dabei. Nämlich das. Das Koks-Paket. Wo hier ein Ladekabel drin ist. Und ich gesagt habe, ich muss gucken, dass ich mir da was bestelle. Das sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. So verdächtig, dass ich da jetzt erstmal mit der Schere reinschlitzen muss. Da beim letzten Livestream, beim letzten Community Day, als ich umgerannt bin und dann zocken wollte, nicht nur das Internet kacke war, nicht nur YouTube kacke war, weil immer zu YouTube aufging, weil YouTube gerade so einen Bug hat, dass wenn der Chat angezeigt wird, immerzu die YouTube-App wieder aufgeht. Komplett. Nein. Auch beim Fangen hat das Handy so extrem geruckelt und war so... Ich kann es nicht beschreiben, was das war. Das war einfach nicht schön anzusehen. Dann hieß es Ramses, ich glaube, du brauchst mal ein neues Handy. Du brauchst mal ein besseres Handy. Du brauchst mal was Leistungsfähigeres. Ich bin die ganze Zeit jetzt mit einem Huawei P20 rumgerannt. Das hat auch schon viele Jahre auf dem Buckel. Und jetzt habe ich gedacht, okay, investier mal was und gönn dir mal was anderes. Und wir haben jetzt hier das, diesen Schinken. Und das ist ein iPhone, ja. Aber nein, ich habe mir keinen iPhone 13 geholt. Ich habe mir keinen iPhone 12, 11, 10 irgendwas geholt. Wahrscheinlich doch 10. Das ist nämlich ein iPhone XR, so wie das ausschaut. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall gut aus, weil das mega groß und globig ist. Ich bin kein iPhone-Freund, aber ich habe gemerkt bei Pokémon Go, iPhone ist einfach das Beste meiner Meinung nach. Das läuft so flüssig. Du kannst so flüssig werfen. Ich habe immer mal für Rates für Zuschauer eins genommen. Sven hat mir da eins gegeben, weil meine zwei anderen alten iPhone 7 auch den Arsch hoch machen. Wir jetzt also ein iPhone 8 hatten. Für Rates für Zuschauer. Danke nochmal an den Sven. Und ich habe mir jetzt hier dieses iPhone XR geholt. Und das versuche ich jetzt als mein Haupthandy zu nutzen. Dass ich da also Pokémon drauf mache, YouTube drauf mache, WhatsApp, Telegram, alles. Damit dann telefoniere, damit dann Pokémon zockt. Damit, wenn ich unterwegs bin, auch Videos mache, Videoaufnahmen. Dass das Gameplay alles irgendwie besser aussieht und flüssiger wirkt. Ob das alles so passt, weiß ich nicht. Ob ich damit klarkomme, weiß ich nicht. Wird sicherlich eine mega große starke Umstellung sein. Das Rot hat mir auf jeden Fall gut gefallen, was sie da gezeigt haben. Jetzt, wo ich es hier in der Tour sehe, hätte ich doch lieber das Gelbe genommen. Einfach das gelbe iPhone. Denn das hat noch besser ausgesehen. Das hätte auch zu Team Gelb gepasst. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alter, das leuchtet sogar rot. Bis dahin. Ah, Disco. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Adi, Schatz. Ich suche nochmal an Adi. Wenn wir die Lampe anmachen im Kopf. So, Adi, guck. Wo bist du? Hab ich dich erwischt. Und das ist das, was ich meine, wenn ihr nämlich die GoPro da habt. Dass immer der Schatten von der GoPro auch da ist und euch verfolgt. Was natürlich nicht wäre, wenn das da dahinter wäre. Ihr könnt die Lampe ja daneben halten und dann sagen, Adi. Adi, Schatz. Guck mal. Nein, guck nicht. Das ist nicht gut für die Augen. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut. Deutsch, Wahrne scope. Das ist nicht gut. glaube ich. Ich hoffeisch.